Haben Sie unsere Hütten angezündet? Warum? Er hat es ihm doch nichts getan. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Richtig, bitte. Dann werde ich dir ein Opfer bringen. Sei gelobt von ganzem Herzen. Und wie lief's mit diesem Reiber? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen geholfen. Du brauchst auch Geld, wie? Du bist Chase. Wer flog nochmal? Es schüttet. Weiter so, Plätze. Sp bend. Stunt in der Reihe der хоть? Ja, ich bin gelaufen. Auf geht's. Päger mit groß. Zitit. Wie? 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 Jetzt nur noch verstecken und warten. UNTERTITELUNG Hinter der Tür das beste Versteck. Ein Klassiker. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein mit Triss. Eingestützte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst. Er kommt. Versteck dich. Mäge? Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin. Glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Du wirst reden. Ist nur eine Frage der Zeit. Also erspare dir und uns deine Hartnäckigkeit. Oder was? Oder ich muss dir wehtun. Die ganze Zeit. Ich sehe, du kennst die Spielregeln eines Verhörs. Ich aber auch. Du bist der Böse, drohst und folterst und die Rote ist die Gute, sympathisch und mit schönen Versprechungen. Und in diesem Ziel irrst du dich. War das genug? Wer? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! 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 Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn verdammt noch eins? Meine Noten, Hilde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht! Niemals! Sicher? Radovid! Ich arbeite für Radovid! Radovid! Was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Er gibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das schwang. Dafür wird er bezahlen. Wo hat Menge Siggi Rolvens Schatz versteckt? Ich... Ich habe keine Ahnung. Du weißt. Noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja. Trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Wir suchen nach Wetterspor. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum? Darum geht es? Um einen scheiß Baden? Das hättest du gleich sagen sollen. Bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Komm zur Sache. Rittersporn ist auf der Tempel jetzt. Im Kerker unter dem Schrei. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähl ich dir später. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Verrückt mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen nun? Nicht zu schnell. Geralt? Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber... Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaubt mir. Cessna Amnes. Cessna Amnes. Du hast heute wirklich deine Krallen gezeigt. So siehst du es also. Ich würde sagen, heute habe ich bewiesen, wie wenig ich mich von diesen Schweinen unterscheide. Ich... Lass uns hier abhauen. Ich will nach Hause baden und trinken. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen. Richtig? Mhm. Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Mhm. Dein alter Freund Dudu Biberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast. Hör mal, da ist noch ein Mal. Hm. Buh. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexer. X5 X5 10 10 13 17 16 21 23 22 24 Das war's für heute. Warum erst morgen? Hast in Lok Mojin ja ein schönes Chaos angerichtet. Ich sollte nicht mehr herkommen. Warum denn? Auch wenn Krieg herrscht, sind die Getränke immer noch ausgezeichnet. Heiliger Dursch. Alkohol ist derselbe. Willst du nicht getrunken machen, werter Herr? Wenn ich das wollte, werte Dame, würden wir nicht von der mir süß getrieben. Es wäre zu teuer. Amel. Wie ist es denn, so einem König zu köpfen? Gerald! Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Rittersporn. Ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz. Aber wir kriegen ihn da schon raus. Keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Siri zu finden? Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Alles Gute. Schon wieder, du riebischer Romtreiber? Heiliger. Wie soll ihr bald ein großes Turnierschern finden? Ja. Begrabe mich mitten im Fassbieren. Keine Monster in Novigrad. Nirgends. Ein Blick sagt mir schon alles über dich. Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Steht vor dir. Ei, das tut sie. Ich, eine Frau, bin Kapitän. So ein Scheiß, nicht wahr? Ich muss nach Skellige. Nicht mit diesem Boot, mein Freund. Ich zahle gut. Die Inselbewohner leben vom Plündern anderer Schiffe. Will das nicht riskieren. Schon mal dort hingefahren? Hör zu. Die Inselbewohner greifen alle Schiffe an. Wenn sie jemanden hassen, Nilfga zum Beispiel, greifen sie noch öfter an. Aber nicht so viel öfter, um die Wahrheit zu sagen. Haben uns einmal geändert. Wollten wohl sehen, ob ich auch die Eier eines Kapitäns habe. Nach diesem Spaß will ich nichts mehr mit Skellige zu tun haben. Wie hübscher. Jetzt muss ich tun, um einen schönen Tag zu kriegen. Oh! Irgendwas an dir stinkt, finde ich. Oh! Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Hexer! Oh! 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 UNTERTITELUNG 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 Zu Rum und Abendbrot sag ich niemals. Du weißt nicht zufällig, wo mein Papagei ist? Pfff! Du kommst mir bekannt. Ich kann sagen, dass die Inseln mit Hilfe ab dem Krieg liegen können. Alles gut. Ein Wunder, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Ich hab zu tun. Wir Piraten! Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Ich reise nach Skellige. Dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen. Alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon. Wer mit den Klans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehutten verhandelt. Hm. Wo finde ich ihn? Meistens sind im Schweinestall. Sonst im goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Schöner seid du nicht. Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Hexer, nicht? Wir sind Metzger. Du schlachtest? Wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen Hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Na schön. Nehmt das. Das nennt man Gildenloyalität. Danke, Meister. Wir trinken einen auf dich. Hey. Jeder weiß, auf dem Rücken trägt man einen Köcher und keine Schwerter. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Käpt'n der Wolfstein, bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng gehalten. Hast genug Geld? Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Voraussahlung mach ich mir nicht mal den Arsch in der Badewanne nass. Wenn wir in dieser Stadt schmutzige Völker. So schmutzig wie die Individuen selbst. Wie ein Müllersohn.